Hallo und herzlich willkommen bei Kolja Kolumna mit Kopf. Ich begebe mich heute in die tiefsten Abgründe der Irrationalität und zwar nach Berlin. Ich muss mich ja manchmal schon schämen, wenn ich hier irgendwo zugebe, dass ich aus Berlin komme. Und wir springen direkt rein in eines der heißesten und spannendsten Themen im Bereich Wirtschaft, Kapitalismus und so weiter. Denn es geht um die Deutsche Wohnen und Vonovia und wie die ganzen Konzerne heißen, die unter anderem eben in Berlin natürlich ihre Wohnungen betreiben und vermieten. Und da gibt es seit Jahren ja schon eine Initiative, die eben diese Konzerne und somit deren Aktionäre enteignen möchte, wie hoch die Entschädigung dafür sein wird oder sein soll. Das werden wir auch gleich noch sehen und wir werden uns jetzt erstmal dieses Video hier anschauen und dann direkt loslegen. Gucken wir mal, was wir sehen. Moment mal, war das hier meine Mutter da? Boah, nee, puh. Mal aufpassen, meine Mutter ist auch Grünwählerin. Nee, mal mitmarschiert hier. Ich kann immer anrufen. Unsere Vision ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen, dass alle Menschen leistbare Miete haben, egal wo man herkommt und egal, welches Geld man hat. Ja gut, diese Vision ist immer erstmal, klingt immer erstmal toll und super. Bis man natürlich in der Praxis dann irgendwie auf die Eigentumsrechte von anderen Leuten stößt und dann sagt, hey, ich möchte dir jetzt mal die Wohnung da wegnehmen, bitte. Ja, also bekanntlich hört ja die Freiheit des einen dort auf, wo die des anderen beginnt. Wenn ich natürlich einfach irgendwie zu jemandem nach Hause gehe und sage, pass mal auf, die Wohnung gehört jetzt mir, Kollege, dann werde ich eben entsprechend mit einem Baseballschläger begrüßt und das ist dann eben nicht mehr so eine einfache Vision. Aber natürlich in der Theorie, also kann ich auch sagen, ich bin dafür, dass eigentlich jeder Mensch, egal wie groß der Geldbeutel, irgendwie eine riesige, fette Villa mit Yacht und so am Hafen von Mallorca hat. Aber in der Praxis nun mal ziemlich schwierig umzusetzen. Aber ich will hier nicht zu schnell vorweggreifen. Gehen wir mal ein. Das Wichtige an der Kampagne Deutsch-Burk-Uhr und Eigentum ist, dass sie genau da an den rechtlichen Möglichkeiten ansetzen und zu sagen, diese Stadt gehört eigentlich uns und wir sollten darüber auch entscheiden können. Also das kann ich erstmal schon mal nicht nachvollziehen. Was bedeutet das? Diese Stadt gehört eigentlich uns. Also ich bin auch Berliner, habe 30 Jahre dort gewohnt und bin dort geboren. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass mir irgendwie die Stadt gehört. Mir gehört die genauso wenig wie irgendwie der öffentliche Raum von Mallorca oder so mir gehört. Alles, was mir gehört, zumindest nach meiner Definition, ist das, was ich mit meinem eigenen Geld erwerbe, was ich durch Arbeit und Investitionen mir sozusagen erwirtschaftet habe. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier so einen Proteinshake irgendwie kaufe, dann gehört der mir. Aber nur, weil ich jetzt irgendwo wohne, wo zum Beispiel irgendwelche Kakaobohnen oder so angepflanzt werden, kann ich ja trotzdem nicht einfach hingehen und sagen, hey, pass mal auf, mir gehören jetzt diese Kakaopflanzen und deswegen nehme ich mir das einfach. Also das ist jedenfalls nicht mein Rechtsverständnis. Also die beste Tradition auf der Bundesrepublik Deutschlands, ich weiß jetzt nicht, welche Tradition sie hier insbesondere meint. Aber ich kenne jetzt in der Bundesrepublik Deutschland nicht allzu viele Traditionen, die da irgendwie einfach große Wohnungsblöcke oder so enteignen. Ich meine, klar, wenn sie jetzt beispielsweise die DDR meint und die Vergesellschaftung und Enteignung von vielen Betrieben in der DDR, dann ja, mag man sagen, das ist eine Tradition. Wenn man jetzt natürlich auch noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte geht, ins Dritte Reich und sich die Enteignung dort unter den Nationalsozialisten anschaut, dann könnte man auch sagen, gut, das ist auch Tradition. Die Frage ist nur, ist das jetzt tatsächlich eine wirklich löbliche Tradition, auf die ich mich in Kombination mit dem Grundgesetz irgendwie berufen möchte? Meiner Meinung nach nicht. Liebe Berlinerinnen und Berliner, hier am Stand, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, bitte jetzt fürs Volksbegehren unterschreiben. Ich kriege da wirklich so Aggression manchmal auf so den Konsens der Berliner, ja, wirklich. Ich meine, die regeln ja tatsächlich ganz gerne einige Dinge mit Volksentscheid und so. Und ich kann mich wirklich, gerade wenn wir über das Thema Immobilien sprechen, noch so gut erinnern damals an das Tempelhofer Feld, ja. Also an alle Leute, die nicht aus Berlin sind, es gab ja mal in Berlin drei Flughäfen ursprünglich, nämlich einmal den Flughafen Schönefeld, wo in der Nähe ja jetzt der BER gebaut wird. Also jetzt ein Gänsefüßchen, ja, das Thema lassen wir hier kurz mal irgendwie beiseite am besten. Dann gab es aber immer noch den Flughafen Tegel, der ist irgendwo da im Norden halt, in der Nähe von meiner alten Uni. Und ich kann mich sogar noch erinnern, Leute, das war einer der ersten Aufgaben, die wir damals in der Uni hatten bei Film und Animation. Wir mussten so eine Tonaufnahme machen mit Mikrofon und so weiter. Und da mussten wir so eine spezielle Passage ablesen, dass eben der ganze Lärm durch den Flughafen Tegel eben die entsprechenden Wohnbezirke dort belastet. Und dass das eben mit Bau des neuen Berliner Flughafens bald verschwinden soll. Und das war am Anfang meines Studiums, das war 2007. Ja, also das ist natürlich schon lustig. Aber zurück zum Thema. Und dann gab es eben immer noch den Flughafen Berlin-Tempelhof. Und das ist eben, so wie es auch in vielen anderen Großstädten übrigens ähnlich ist, ein Flughafen, der nicht irgendwo ganz weit abseits von Berlin liegt, sondern ziemlich zentral in Berlin. Das heißt, du hast einfach Berlin samt seiner vielen tollen Grünflächen, aber natürlich auch einer Stadt, die zunehmend zugebaut ist, im Kern, je näher man ins Zentrum kommt. Und dann hast du auf einmal da diesen fetten grünen Fleck, wo eben ein Flughafengelände ist. Und hier gab es eben dann den Volksentscheid damals, ob da eben gebaut werden darf oder nicht. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie die ganzen Berliner einfach gesagt haben, nein, wir wollen da schön grillen und Frisbee spielen und wir wollen die ganze Fläche eben für uns haben. Da soll eben nicht gebaut werden. Nun ja, wenn man sich tatsächlich die Pläne von damals mal angeschaut hat, und das habe ich damals getan, da sollte eigentlich nur am Rand des Flughafenfelds ein paar Gebäude und ein Einkaufszentrum entstehen und so. Also da wäre neuer Wohnraum geschaffen worden, aber da haben die Berliner natürlich dagegen gestimmt, weil dann hätten sie ja nicht ihren veganen Frisbee umherschmeißen können, ja. Und jetzt wundern sie sich, warum halt eben überall die Mieten steigen und die Preise und so weiter. Aber das ist natürlich so, wenn man sich so eben dumpf entscheidet, dann passiert eben die logische Konsequenz und dann kann man natürlich danach wieder auf den anderen rumhacken und sagen, gebt uns eure Wohnungen her, ja. Also den Berlinern kannst du manchmal echt nicht erinnern. Für mich, in 52 Jahren Politik, ist es die schönste und auch erfolgreichste Kampagne. Die Idee der Vergesellschaftung ist festgeschrieben, schon in der Weimarer Verfassung und dann später auch im Grundgesetz als Grundrecht. Diese Möglichkeit von demokratischer Vergesellschaftung, diese finanzgetriebene Spekulation radikal und gesetzmäßig an der Wurzel zu packen, also sowas gibt es tatsächlich woanders nicht. Okay, also eine demokratische Vergesellschaftung, das finde ich natürlich spannend. Gut, ich meine, im Endeffekt ist das auch genau das Problem, was ich sehe, wenn man jetzt über Demokratie spricht. Auch wenn man jetzt hier zum Beispiel das Buch, was ich gerade lese von Heinz Hermann Hoppe, ist ziemlich interessant, der auch über Demokratie spricht. Das ist natürlich auch eine Sache, die aus demokratischer Legitimation manchmal mit meiner Vorstellung von Freiheit nicht übereinstimmt. Weil, wenn wir uns überlegen, solange in einer Demokratie abgestimmt wird, im Konsens, ja, man darf jedem Menschen alles wegnehmen, was man will und keiner hat mehr Recht auf Privateigentum, dann ist das demokratisch entschieden und dann stimmt das. Deswegen bin ich definitiv dafür, dass es eben abseits von einer demokratischen Konsensentscheidung gewisse Grundrechte erstmal gibt, die man eben nicht einfach jemand wegnehmen kann. Es ist zum Beispiel auch nicht möglich, dass man einfach demokratisch entscheidet, komm, wir führen wieder irgendwie die Sklaverei ein, weil es ist ja einfach demokratisch entschieden. Und dieses Wort demokratische Vergesellschaftung, das stößt mir irgendwie so ein bisschen übel auf. Aber ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr mal gerne runterschreiben. Es geht darum, ob die Menschen keine Angst haben müssen vor dem Morgen. Wir haben es auf der einen Seite zu tun mit einem Verdrängungsprozess, also in... Das finde ich auch immer so geil. Steht hier, guck mal, auf dem... Verdrängungsprozess, also auf der einen Seite zu tun... Auf dem einen Ding, Wohnen ist ein Grundbedürfnis, kein Spekulationsobjekt und so. Ja, Wohnen ist ein Grundbedürfnis, aber eben kein Grundrecht. Ja, das ist ja wohl ein großer Unterschied. Ich meine, ich habe alle möglichen Grundbedürfnisse, jeden Morgen schon, wenn ich aufstehe. Auch Sex ist beispielsweise ein Grundbedürfnis. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich andere Menschen, indem ich sie ihres privatesten Besitzes, nämlich ihres Körpers, enteigne und sie zum Sex zwinge, ich dadurch mein Grundbedürfnis irgendwie stehlen kann. Ja, also Grundbedürfnis ist ja trotzdem nicht Grundrecht, was mich dazu legitimiert, mit dem Schwert irgendwie durchzugehen und dann einfach irgendwie für Eigentumsverhältnisse zu schaffen, ja. Also nee, ist so nicht... Verdrängungsprozess, also in Stadtvierteln, die früher den unteren und mittleren Einkommen vorbehalten waren. Wollen wir das eigentlich, dass gerade auch Wohnen, dass es immer teurer wird und dass dann Menschen immer mehr verdrängt werden? Ja, will natürlich keiner, dass es immer teurer wird. Dann müsst ihr aber auch mal klüger in euren Volksentscheiden abstimmen. Wenn man sagt, steigende Mieten in New York oder in... Ich meine, die Berlin macht sich, also gerade wir Berliner und Berlin als Stadt macht sich dadurch natürlich auch extrem unbeliebt beim Rest von Deutschland. Ich meine, Berlin lebt sowieso dem Rest von Deutschland schon auf der Tasche und hat überall Schulden und so. Und jetzt kommen sie noch mit so einer Initiative. Ich meine, wo wollen sie denn das ganze Geld hernehmen, um eben entsprechend auch zu entschädigen? Und so, das erfahren wir eh noch. Haltet euch fest. Da sehe ich hier schon die SUVs wieder durch Berlin fahren. London ist doch normal. Das heißt, die Normalität ist insofern das Problem. Wohnen ist ja nicht irgendwas. Man braucht eine grundsätzliche Antwort auf die Verhältnisse. Es geht ums Ganze. Die letzte Verhältnisse der Enteignungsmaßnahmen war die 1926 für die Fürstenenteignung. Sonst gab es sowas in Deutschland nicht mehr. Naja doch, wie gesagt, im Dritten Reich zum Beispiel. Das Geld, mit dem die Großkonzerne spekulieren, das sind unsere Arbeitslöhne. Und das Geld bleibt leider nicht in Berlin. Tatsächlich wissen wir nicht, in welche Briefkastenfirmen von Steueroasen dieses Geld abfließt. Und das bedeutet auch weniger Geld für die Infrastruktur, für den Nachverkehr, für Kita-Plätze. Da stehen die mächtigsten Kapitalfraktionen der Welt dahinter. Ja, bei deutscher Wohnen ist es BlackRock, die größte Investorngesellschaft der Welt, die viele Billionen verwaltet. Bei einer Enteignung der deutschen Wohnen würden die natürlich auch große Verluste erleiden. Und ich glaube nicht, dass die begeistert darüber sind. Ja, natürlich nicht. Entsprechend auch nicht natürlich die ganzen Aktionäre und Anleger, die wiederum in BlackRock investiert sind. Aber das ist auch so ein Punkt, den viele Leute, die immer so sagen, hey, Berlin gehört uns und yeah und komm, wir machen Party irgendwie, komplett vergessen. Dass sie als Menschen auf der einen Seite nicht gegen irgend so einen technokratischen, aus irgendwie Terminator 2 erstellten Maschine gegenüberstehen, die da irgendwie mit ihrer kleinen Katze irgendwo auf einem Stuhl sitzt und dann so den Konzern mit so ein paar langen Fingernägeln verwaltet, sondern dass da eben am anderen Ende auch Bürger sitzen, die die Aktien halten und dass entsprechend diese Bürger enteignet werden. Aber klingt natürlich cooler, wenn man das einfach irgendwie auf so ein paar gierige, große Finanzspekulanten irgendwie münzt, um sie irgendwie möglichst zu entmenschlichen oder so, ja. Es profitieren nur sehr, sehr wenige, das heißt eine massive Umverteilung von unten nach oben. Und ist das nicht eigentlich ungerecht, dass jemand Geld abschöpft für etwas, was er einfach nur besitzt? Du bist in einer... Nee, das ist eigentlich nicht schlimm, weil der, der das besitzt, der hat ja auch die Verantwortung dafür, es zu bewirtschaften und zu erhalten, weil Wohnungen, so schön sie auch hier auf den Bildern aussehen, die bauen sich natürlich nicht von selbst und die erhalten sich natürlich auch nicht von selbst. Und was passiert, wenn man einfach die Wohnungen sich selbst überlässt oder halt eben in öffentliches Eigentum vergesellschaftet? Das haben wir in der Vergangenheit auch schon häufiger gesehen, aber das werde ich gleich noch kurz erwähnen. Ja, ziemlichen Konfrontationen mit den Besitzenden, weil sie natürlich wissen, dass wir uns in einem legalen Rahmen bewegen, erstens und zweitens, dass wir eine Mehrheit der Bevölkerung hinter uns kriegen. Und das macht ihnen totale Sorge. Mit der Vergesellschaftung geht es nicht nur darum, dass Wohnraum in öffentlichen Händen bleibt, sondern tatsächlich auch diese demokratische Verwaltung des Wohnraums langfristig zu sichern. Es geht ja um die Frage, können wir uns das Gemeinwohl wieder zurückerobern? Wir wollen und wir werden diese Auseinandersetzung gewinnen, damit unser Berlin weiterhin ein lebenswerter Ort bleibt. Organisiert euch und unterstützt die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Denn Berlin hat Eigenbedarf. Also nö, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe das ganz anders. Und ich sehe es auch nicht so, dass ihr euch einfach im Sinne eurer sehr merkwürdigen ideologistischen linken Idee hier irgendwie einfach der Grundrechte von vielen Immobilieneigentümern und so weiter hier einfach aneignet. Klar, jetzt könnte man natürlich sagen, hey, Kolja, siehst doch mal ganz gechillt. Weil die ganzen Leute, die eben unter 3000 Wohnungen haben, also die ganzen Immobilieneigentümer, die selber irgendwie vermieten und vielleicht zwei, drei Immobilien haben, die sind doch hier alle gar nicht von betroffen und so weiter. Es geht doch nur um die großen gierigen Konzerne. Aber das habe ich ja gerade eben schon gesagt, darum geht es eben nicht. Denn wie gesagt, das sieht man jetzt hier zwar nicht im Video, ich habe mich aber schon so ein bisschen schlauer gemacht. Wenn man jetzt tatsächlich die Wohnungen der Deutschen Wohnen enteignen wollen würde, das sind zwei Drittel des Immobilienportfolios der Deutschen Wohnen AG, die sie in Berlin haben, dann müsste man zum Marktpreis aktuell eigentlich bis zu 36 Milliarden Euro als Entschädigung zahlen für die Wohnung. Da hat man natürlich noch keinen neuen Wohnraum irgendwie erstmal erschaffen, sondern müsste mit dem, was man dann irgendwie enteignet hat, natürlich erstmal anfangen zu wirtschaften. Und ob man das genauso gut tut, gut, das steht in den Sternen. Aber erstmal muss man ja irgendwo das Geld herholen. Und jetzt habe ich mich ein bisschen eingelesen und habe tatsächlich gesehen auf der Webseite von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, dass die gar nicht für 36 Milliarden logischerweise plädieren als Entschädigung, sondern nur noch für ein Viertel davon, nämlich für 8 Milliarden. Das heißt natürlich, ja okay, wir zahlen denen halt einfach nicht die Marktpreise, die ein anderer Immobilieninvestor zahlen würde, sondern wir zahlen denen halt einfach nur noch ein Viertel von dem, was sie eigentlich wert sind. Und das wäre natürlich nicht irgendwie so im Sinne der Leute, die eben auch Aktien von diesen Unternehmen und so weiter halten. Und wie man das verfassungsrechtlich irgendwie erklären kann oder erklären möchte, das, ja, wage ich zu bezweifeln und hoffe auch innenständig, dass sowas vor Gericht niemals durchgehen wird und könnte, ja. Also Wohnen, ein Grundbedürfnis, klar, genau wie viele andere Grundbedürfnisse auch, aber eben nicht aufgrund der Freiheiten von anderen Leuten, ja. Wenn ich was haben will, muss ich dafür was tun und muss dem anderen etwas dafür bieten. Das ist zumindest meine Vorstellung von Demokratie. Und wenn ich hier solche Kommentare lese von wegen so, ja, das sollten wir in allen anderen Städten ja auch durchführen und so weiter, ja. Dann herzlich, dann gute Nacht, ja. Ich meine, hier hoffe, das wird zur Regel. Grundbedürfnisse wie Wohnen, da geht es noch weiter. Gesundheit, Energieversorgung, Internetzugang, Mobilität, all das soll eben vergesellschaftet werden. Damit darf kein Profit gemacht werden. Und das ist halt eben immer das große Problem, liebe Leute. Klar, wenn man irgendwo steigende Preise sieht, dann macht man sehr häufig einfach diese steigenden Preise und die Profitgier dafür verantwortlich. Aber die sind ja immer nur irgendeine Folge von etwas darunterliegendem, irgendeiner ökonomischen Wahrheit, ja. Wenn Preise irgendwo steigen, dann liegt das in der Regel in einer Volkswirtschaft daran, dass entweder irgendwo das Angebot knapp wird oder dass die Nachfrage einfach zu hoch wird, ja. Und deswegen ist es einfach komplett normal, dass dann die Preise steigen, um eben dieser Nachfrage zu entsprechen, ja. Und wenn ich jetzt irgendwo auf ein Konzert gehe, ja, und nee, das ist ein schlechtes Beispiel. Sagen wir mal so, ich brauche eigentlich gar kein Beispiel mehr dafür anführen. Ich will einfach nur sagen, dieser Profit, den wir da sehen oder den diese Leute sehen, die sagen, das soll alles vergesellschaftet werden und da soll kein Profit mehr mit erzielen werden können mit diesen Wohnungen und so weiter. Dieser Profit ist ja nichts anderes als der Preis, der in der Wirtschaft dafür gezahlt wird, dass andere Leute eben überhaupt ins Handeln kommen und Risiken eingehen, hier überhaupt diese Bewirtschaftung zu machen. Es ist also der Preis für Effizienz. Und diese Effizienz wiederum sorgt aber dafür, dass insgesamt die Kosten ja viel niedriger sind, als es eben im Vergleich sehr häufig der Fall war, als man das Ganze eben vergesellschaftet hat. Da kann man wieder auch gerne sehr viele Beispiele anbringen und so, aber man kann auch einfach in die Realität gucken, warum gehen wir bei Lidl und bei Aldi einkaufen und nicht bei irgendwelchen Non-Profit-Organisationen, weil eben die Organisationen wie Lidl und Aldi durch eben ihre Profitgier erst dazu kommen, dass die Produkte so günstig sind, ja. Und die Gewinnmargen von den Produkten sind echt relativ niedrig. Die erzielen die Gewinne dadurch, dass sie einfach Millionen von Produkten verkaufen insgesamt. Und wenn du jetzt diesen Profit einfach rausnimmst aus der Gleichung, bekommst du eben nicht einfach genauso gute Wohnungen und so und so weiter, sondern du bekommst, wie es eben in der DDR sehr häufig der Fall war, einfach eine Form von Misswirtschaft, weil einfach keiner sich mehr verantwortlich fühlt für die ganzen Wohnungen. Ich kann mir das schon so gut vorstellen. Denn in der Theorie am Anfang klingt es erstmal geil, alle demonstrieren, alle halten Plakate hoch und halten Hände und finden es dann toll, bis dann erstmal die Wohnungen anfangen kaputt zu gehen und renoviert werden müssen und bezahlt werden müssen, was die Handwerker und so weiter betrifft. Und dann, wer zahlt das dann? Ja, dann bin ich mal gespannt, wie dann der Streit losgeht, wenn auf einmal die Leute merken, dass sie tatsächlich auch was tun müssen dafür, damit die Immobilien erhalten bleiben. Und diese Motivation, das zu tun, das macht man eben aufgrund des Profits. Und das kann man auch sehr, sehr schwer wegdiskutieren. Also man kann es natürlich versuchen, aber man wird in der Praxis immer wieder feststellen, dass sobald du halt eben den Profit rausnimmst aus der Gleichung, du einfach eine Misswirtschaft und Mangelwirtschaft findest. Das wird meiner Meinung nach auch mit Berlin passieren, nach und nach, wenn sowas immer mehr und mehr so weiter durchkommt. Klar, ich meine, es gibt ja auch Mietendeckel und so weiter und viele Vermieter, die halten sich da aktuell noch Zähne knirschen dran, aber dass das natürlich irgendwann Auswirkungen haben wird, das wird, also ich sehe da definitiv schwarz. Und wenn diese Initiative tatsächlich Erfolg hat und die Konzerne auch noch unter Marktpreis entschädigt werden, wobei die Enteignung an sich schon meiner Meinung nach sehr, sehr grenzwertig wäre, dann sehe ich für Berlin auf jeden Fall schwarz und ich finde, die gehen hier auf jeden Fall nicht mit gutem Beispiel voran und das wäre in keins davor ein guter Präzedenzfall für den Rest von Deutschland. Und ich hoffe, dass zumindest, wenn die Berliner mal wieder hier im Volksentscheid so richtig schön failen und sich ihre eigenen Fehler für die kommenden Generationen und für die kommenden Jahre selber ins Boot mitholen, dass eben entsprechend andere Städte und andere Bundesländer in Berlin nicht so entscheiden würden. Das ist jedenfalls meine Meinung dazu. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ist natürlich ein sehr kontroverses Thema, aber dafür sind wir ja auch hier bei diesen Reaction-Videos zuständig. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.